so freunde nacht ihr seht wir sind schon hier in der suche haben schon was gefunden wir spielen heute call of duty modern warfare 2 und ja ich bin überrascht dass es nicht so lange dauert wie bei black ops 4 an manchen stellen vom laden her oder auch bei dem normalen call of duty modern warfare playstation 4 edition jetzt sehen wir auch hier schon welches team wir sind und wo das gegnerische team ist so wunderbar und wir spielen herrschaften das können wir gleich erkennen ok jetzt können wir gucken wie lange der ganze spaß dauert und schau mal ich hoffe ihr hört mich noch ich habe mich selber ein bisschen schlechter aber das kriegen wir auf jeden fall hin so und wir nehmen charlie ein wir kontrollieren charlie also ich die haben die führung übernommen kommt ihr gleich ein feind ich bin hier komplett alleine keiner von meinen leuten hält es für nötig irgendwie sein hinter zu mir wunderbar schön so unübersichtlich nicht dass da oben irgendjemand kam es war ein kollege kontrollieren alle zielobjekte wir haben charlie verloren wir haben charlie verloren jesus da gehen wir gleich hin ja merkt euch nichts bei meinen ausdrucksweisen die sind nicht gut wenn euch der spaß gefällt ich könnte auch gerne mal die story modus spielen und kollab für die modern warfare 2 obwohl ich mich dann noch im moment ein bisschen zum affen machen weil ich mich nicht so auskennen ich spiele zum ersten mal alle zielobjekte gesichert rechnet mit gegen angriffen ja damit ich bin recht nicht denn da läuft schon einer zum kollegen und noch einer junge von hinten der wollte zu mir der wollte zu mir der sind dritter gar nicht mal so schlecht okay wir sind schlecht als meine verteidigung ich bin eigentlich kein zocker der feind hat alpha eingenommen der feind hat alpha eingenommen der feindliche drohne im einsatzgebiet verbündete vorräte unterwegs aha da ist ein feind gewesen zielobjekt alpha wird gesichert ich lade nach hardliner feind nimmt charlie ein wir kontrollieren zwei zielobjekte wir halten alle zielobjekte der feindliche zuvor wo verbündeter helikompterschütze feuert auf ziele 2 verbündeter luftflag unterweist da ist das genau super ganze ganze gebrauchen wir verlieren mehr wir kontrollieren alle zielobjekte wir haben alle zielobjekte Oh Scheiße. Ziele überprüfen. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Holt es zurück. Was ist Alpha? Ich lade nach. Wir nehmen Alpha ein. Granate. Ich gebe dir Deckung. Wir halten alle Zielobjekte. Verteidigt sie. Scheiße. Also ihr werdet jetzt öfter noch toll Scheiße und so hört. Das ist normal leider. Das tut mir natürlich leid für die Ausdrucksweise. Ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich weiß. Hier, was machen wir jetzt? Granate geworfen. Tschüss. Wir verlieren Charlie. Wir haben Alpha. Wer ist doch einfallen. Das Objekt Charlie ist kompromittiert. Holt es zurück. Der wäre erledigt. Hat der geschlafen? Lade nach. Der schläft auch. 1,1. Vordere Aufklärung. Der ist ja ein komischer Mann. Oh Mann. Zusammenflicken online. Zusammenflicken online. Alpha wird gesichert. Fron hat dazwischen geredet. Alle Zielobjekte gesichert. Rechtsbronn hat kein Treibstoff mehr. Die kehrt zur Basis zurück. Was? So, der lag vorne. Wir verlieren Bravo. Aha, da ist ein Funkt. Den kriegen wir noch. Boah, bin ich gerade schlecht gewesen. Bruder. Also ich glaube, der kommt gleich wieder. Was macht denn der? Hat der gerade getarnt oder so? Habt ihr das gesehen? Ich lade nach. Was ist los mit denen? Die spielen ja schlechter als meine Freundin. Und das soll was heißen. Der Feind hat Alpha eingenommen. Okay. 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 Ich lade doch Befehle. Wechsel das Magazin! Okay, komm. Alpha wird gesichert. Ich lade nach. Schockladung ist raus! Wir verlieren Bravo. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Verwündet am Arschlugkörper eingesetzt. Feinden nimmt Charlie ein. Vordere Aufklärung an. Verstanden. Krone ist im Einsatz. Aufklärung online. Super. Aufklärung bekommen wir auch. Wir verlieren Charlie. So muss das natürlich sein. Der Feind hat Charlie eingenommen. Scheiße. Ja. Das passiert wenn man nachladet. Gleich danach. Aber ich habe es mir ein bisschen angewöhnt. Weil. Ja. Was mir schon öfter passiert ist. Dass ich hier im Kampf war. Und dann auf einmal war das Magazin so leer. Und ich muss nachführen. Ja. Meistens wird man damit gut. Wenn man schießt. Gleich danach nachladen. Aber. Nicht immer. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Wer hat eine Granate. Schieß auf die nicht mehr. Ja. Tschimm mal. Wir halten alle Zielobjekte. Verteidigt sie. Toll. Wir haben gewonnen. Mission abgeschlossen. So. Und wenn ihr die Kampagne sehen wollt. Lasst doch gerne ein Herz. Also ein Herz. Daumen nach oben da. So. Tschüss. Tschüss.